Liebe Gruppenfreunde, mit Eure Schrift recht unvertraut bemühe ich mich, euch nach dem Wunsche eures Freundes, einige Worte zu schreiben und zu sagen. Vertraut auf unsere Worte und Lehren, denn wenn sie euch auch fremd erscheinen mögen, so bergen sehen sich doch die tiefste Wahrheit, die leider in allen euren Schriften seit altersher verfälscht wurden und zur heutigen Zeit unter großen Mühen neu gekündet werden muss. Durch die bestehenden Irrlehre aber erscheint die Wahrheit neu und fremdartig, und stößt auf harten Widerstand mit sich. Doch die Wahrheit muss durchbrechen und ihr alle sollt ihr zum Siege verhelfen. Scheuert daher weder Arbeit noch Mühe, um die Grundsteine zum Sieg zu legen. Erfüllert Eure Mission. Vertrauet auf uns und unseren gemeinsamen großen und weisen Freund, der von uns allen die schwerste Mission zu erfüllen hat. Steht ihm allzeit bei und leistet ihm bestmögliche Hilfe, denn allein würden ihm die Lasten zu groß. Im Namen von uns allen spreche ich euch großen Dank aus, insbesondere aber bedanke ich mich für eure bisherigen Bemühungen, auch wenn nicht immer alles genau nach unseren Bestimmungen befolgt werde. Bemüht euch jedoch zukünftig, alles nach genauer Ordnung zu befolgen und trübt euch nicht in Gedanken daran, dass wir von unserer Seite aus allein mit unserem gemeinsamen Freund Kontakt halten können. In Liebe gebe ich euch meinen Gruß. Zimjase 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 Zimjase